Ey guck mich an, guck mich an! Komm her jetzt hier! Du bist einfach... Was bist du denn Selfie? Hey und Willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer Folge ich muss einfach kurz den Vigilator ausmachen und Ben und Ed Blood Party und das heute zusammen wieder mit der guten Arten From The Future Crew bestehend aus Takaischi, D-Lay und dem wunderbaren Selfie. Hallo! Hallo! Wir starten direkt rein, es ist so ein bisschen so ein bisschen wie Gary Smod was wir immer gespielt haben, Deathrun Kann man euch... Würde ich so unterschreiben. Genau, wir haben jetzt quasi diesen Parcours, den ihr jetzt hier einmal kurz seht und dann sind wir hier zu viert und müssen diesen Parcours ablaufen Problem, auf diesem Parcours sind jede Menge Fallen, die unseren Körper auch so ein bisschen verletzen können. Ja, was war das denn? Ich wurde geschubst hier gerade Nice Leute! Achso Dario, das bist du Na klar! Ja, ciao, Alter! Tschüss Dario! Oh, ich hab's geschafft! Und oben links stehen eure Leben Aber man hat auch nur Leben! Ey, sag mal auf, film auf jetzt! Wie kann ich mich resetten? Ciao, Alter! Das gibt ziemlich viele Maps, ne? Das heißt, wenn ich... Aber Enter drücke, das heißt, wenn ich sag mal kaputt bin, ne? Ja, dann kannst du dich auch zurücksetzen. Ja genau, dann verliere ich ein Leben, oder? Genau, exakt, ja. Jetzt hab ich jetzt auch was verstanden. Was hast du gemacht? War ich? Was hast du gemacht, Alter? Warum? Du hast mich so mega weggebarzt! Ne, das war, das war... Bist du jetzt schon beim Ziel? Ja! Ich bin nicht beim Ziel, ich bin nicht beim Ziel. Als ob ihr schon durch seid wieder. Ich komm nicht mal hier beim... Hau ab! Ah, nee, 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 komm! Ich leb noch, ich leb noch, ich leb noch! Ja! Ich hab meinen Kopf geworfen! Nein, nein, nein! Hier wirfen wir noch mal den Kopf! Rechtsklick! Rechtsklick! Und dann mit Linksklick werfen! Also ich kann jetzt einfach... Du musst ihn erst abnehmen! Du musst ihn erst vorwerfen, oder? Genau, Alter! So, Savvy! Guck mal hier! Zeig, Alter! Oh ja, okay! Oh ja! Ganz knapp, ganz knapp! Schade! You defy, okay! Das war knapp, Savvy! Ärgerlich! Oh, Future Rage sieht geil aus! Ich mach mal Future Rage! Oder hier, mach mal hier den Moon aus Ocarina of Time! Äh, klatsch aus Majora's Mask! Nach der Reihe, oder? Was ist nach der Reihe? Echt? Das wird ja wohl nicht die letzte Folge gesagt, oder? Na gut, dann machen wir nach der Reihe, Alter! Ja, okay! Okay! Nerv Mayhem! Ich wünsche euch ganz viel Glück! Ich wünsche euch überhaupt gar kein Glück! Ich wünsche euch viele abgerissene Gliedmaßen! Hoppa! Und... Ui! Patschuu! Kann ich dich schlagen, Alter? Nice, Alter! Ah! Kann ich dich schlagen? Man kann dich schlagen, ne? Oder? Ja, richtig! Ja, links! Komm her, komm her, komm her, komm her! Alles in Ruhe, Alter! Ich schmeiße hier! Alles raus, Alter! Oh nein! Guck, da hab ich nicht drauf geachtet, weil ich... Ich auch nicht! Ich wollte von dir wegrennen! Ah! Oh! Komm, komm, komm! Rennen, 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 rennen! Alter, jetzt... Okay! Ich hab'n Run, Leute! Einfach durch! Komm einfach durch! Ich hab'n richtigen Run, Leute! Ich hab' meine Beine verloren! Alles gut! Alles gut! Was ist das denn hier? Das war falsch gesprungen! Ja, okay! Hä? Nein! Ich wurde auch zerfetzt! Scheiße! Hey, du bleibst hier... Jetzt kannst du kurz stehen darüber! Komm hier! Krieg weiter! Komm schon! Nein! Nein! Dieses Scheißloch! Wer kommt da noch so angekrochen? Ich war eben schon direkt am Ziel! Aber ich hab'n nicht gesehen, dass da dieses Loch ist! Na klar! Jetzt hast du's fast! Jetzt hast du's fast! Ja! Da war ich eben auch schon! Man konnte ja nicht ahnen, dass man da runterfällt! Zum Lernmann! Ja, natürlich! Hört mal! Versus! Die Mondschein-Sonate! Alter, ich hör's! Puh! Okay, das ist ein bisschen creepy! Ach was! Ich bin's irgendwie... Ich bin's grad ziemlich angenehm! Erinnert mich an meine Kinder! LALALALALALALALALALAL así! Und hier erstmal... So geht das hier! Na klar! So geht das hier! So geht das... Wie nah, wenn ich auf Mikrowass keine und so einen Sport-Kommentator probieren.. Und... Uhgg of..... Aua! Nehmen wir uns VILL! Aua! Alter was ist das denn hier? Ola, was ist das denn der Minute hier?! Soool... Olter! Das dreht sich! Es k nghĩcht! Ok, 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 ok... Oh idea! Komm, komm, komm rein! Oh Alter, Gott sei Dank! Okay, man muss das... Was ist das hier? Oh Gott. Lol, du kannst am Rand laufen. Okay, ich bin irgendwie durch. Oh, nee. Am inneren Rand kannst du laufen. Okay, und du wurd weggeschleudert. Bist du schon durch, Dario? Nee, noch nicht. Noch nicht. Na klar. Ah, hier sind ja schon wieder so welche geilen Sachen hier. Ah, jetzt ist da ein doppelter Schleuderer. Simple Jump'n'Run-Dinger. Ich find's mega schwer zu schätzen, wie weit er springt. Alter. Alter. Ja, ich hab auch nur noch drei Leben und bin nicht mehr am Anfang weg. Nein, bitte nicht. Das war doch nicht die dritte Map, oder? Das war die dritte Map, doch. Kannst du mir doch nicht erzählen, was ist das denn hier? Dario, ich gönne dir den Sieg. Den hast du dir wirklich... Den hast du dir echt verdient. Gibt's irgendeine Möglichkeit, wie ihr mir das zeigen könnt? Vielleicht gleich in der Lobby oder so? Dass wir mich... Ja, natürlich. Da können wir natürlich jetzt... Ja, ich weiß das zu schätzen. Genau, davon hab ich gesprochen, Leute. Oh, das sieht ein bisschen aus wie so eine alte Rats-Map für Counter-Strike, wo immer alles ganz groß war. So eine Küche. Oder... Oh. Das ist aus wie eine TTT Map. Co-op. Reach to go together. Oh. Das ist doch viel eher unser Ding. Aber unendlich leben, ja? Also... Okay, Leute. Ja, so. Es geht jetzt nur darum... Aber ich werd natürlich Erster sein. Ja, ja. Oh Gott. Ja. Hier in den Häcksler rein? Ich glaub, das war nicht so gewollt. Oh, ich glitch unter die Welt. Ach, man darf nicht über die Herdplatte? Müssen wir da vielleicht gegenseitig irgendwie was... Das frag ich mich jetzt auch. Wie man hier rüber soll. Äh... Insert more meat. Wir könnten... Unser Kopf drüber schmeißen. Ja, vielleicht müssen drei reinspringen, damit's irgendwie... Ja, ich test das mal. Ich spür auch mal rein. Ich spür auch mal rein. Das kann sein. Ja, versuch's mal. Ich spür im Schredderer. Ja, genau. Gleichzeitig müssen wir gleich. Okay. Lass mal alle warten. Jetzt sind wir mal zurück. Jetzt sind wir mal zurück. Jetzt sind wir mal zurück. Kommt rein! Achso, wir sollen rein. Ja, klar. Ja! Ja, ich bin nicht... Warte, warte, ich komm gleich los. Okay. Das sieht ganz gut aus. Ja, gut. Ja, klar. Hier kommt Fleisch raus. Fleischbälle raus. Also Fleischplätze. Ah, und dann? Ich bin jetzt raus. Ich weiß nicht, was springen die? Ach, dann können wir über die einfach quasi rüberspringen gleich. Und dann hinten auf den Tisch. Ja, Dario hat recht. Dario hat recht. Er bildet nicht mehr! Oh, nee! Ja, jetzt nicht. Hä? Alter, das haut einen jetzt richtig... Ja, okay. Hat aber geklappt. Nices Teamwork, Leute. Nices Teamwork. Ah, so. Nice zerfetzt. Oh! Ha? Ich hab was verloren. Aua. Chakalaka. Chakalaka. Oh! Nein! Ah! Man kann auf dem Boden. Ich dachte die ganze Zeit der Boden wäre... Mann, das dachte ich auch. Ich dachte der Boden ist Lava. Bei diesen... Ich dachte ich auch. Bei diesen Fleischplätzen weg ist man... Ah! Boah, diese fucking Hammer. Hammer. Wenn ich im Checkpoint bin, dann könnt ihr mir aber nicht... Könnt ihr nicht auch da rein, ne? Also das ist der Gemeinschaftscheckpoint. Kannst du mal bitte auf uns warten? Ja. Ich dachte das ist hier in Koop-Mode. Ich muss jetzt hier eh wieder in den Häcksler rein. Was passiert hier gerade mit uns? Ich finde die Messerdinge eigentlich ganz easy. Ne, ich hasse alles. Achso. Ich hasse alles. Ich hasse alles. Wir müssen jetzt hier runter. Ich habe jetzt hier schon Fleisch generiert. Ich kann das schieben. Ich generiere Fleisch, ne? Ich habe Fleisch generiert. So, jetzt hier oben drauf. Ich habe immer die Beine gebrochen mit dem Runterspringen. Alles klar. Ahja. Was ist hier? Ach, wir haben eine Zeit, die wir... Einfach Kopfwerfen. Ich kann meinen Kopf nicht werfen. Warum nicht? Ah, jetzt. Vielleicht wirfst du den einfach mal. Selfie, du musst den Checkpoint. Bin ich doch. Wie wirft ihr das denn? Bei mir wirft ihr es irgendwie nicht. Ja, bei mir auch nicht. Wir wirklich einfach mal ein bisschen. Das war ein bisschen verpackt gerade. Wir müssen zwei irgendwie drauf. Ja. Okay, hat geklappt, Alter. Okay. Ja, wir müssen aber auch zu zweit. Ergmann und ich dann. Ja, komm mal her. Oh ne, du kannst einfach drauf bleiben. Ich warte hier auf euch. Und jetzt ich? Ja, du bist hier. Taka, ich bin auf den Färmer. Das ist aber ordentlich eins. Oh, Alter. Seid ihr alle da? Ja, wir müssen hier ins Grüne. Ins Grüne einfach rein. Vertraut mir. Aber hier ist kein Checkpoint, ne? Bist du ganz sicher, Tim? Ja, ja. Ich versuch's mal. Oh nein! Ha! Ha! Ich hab einen bei... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay. Ja, ist mir egal, Alter. Ich mach eine eigene Regel. Oh! Ja, einfach durch. Oh! Alles klar. Kommt jemand? Ja. Ne, komm hier, Dario, komm. Ja, nice. Oh, ja. Super gemacht, Servie. Ich komm zurück. Danke. Wir müssen das als Team machen. Jetzt hast du das Team gewechselt oder wie du auch glaubst? Ja, warte. Ich hab die Seiten gewechselt, Pepe. Du musst wieder runterkommen. Und runter her. Ich warte auf dich, Pepe. Genau in den Zwischenraum. So, so stell ich mir das vor. Komm, Dario. Ja, wir zwei haben's so... Ja, Verzögerung, nice. Alter, ich kann einfach nicht springen. Du kannst einfach den Flug doch so ein bisschen kontrollieren auch. Oder einfach mit der Leertaste drücken. Das hätte endlich schon das Ziel. Nice. Sohn. Okay. Hier wieder nice Schwerter. Die Schwerter. Schmied ihr nicht mit Schwertern Buddha auf euer Boot? Der ist da. Hä? Das war's schon? Nein. Was ist denn hier? Get your friends. Jetzt müsst ihr warten, bis ich kommt. Das ist ein Herz. Erstmal verprügel ich dich jetzt hier, Alter. Ich hau dir jetzt mal auf. Ja, ich... Ich hole mir jetzt eine Scheiß-Penis-Nase, Alter. Haaa. Da schau ich dir besser wieder nicht mehr. Ich kann überhaupt nichts sehen wegen den ganzen Daumen. Welche Daumen? Ich seh sie gar nicht. Ja, danke. Halt euch an meinem Kopf fest. Hier. Ich war ja schon da und dann hat mich irgendjemand runtergeschubst. Kopf an Kopf. Dario, komm jetzt. Das war's doch. Jetzt bloß nicht euer Köpfchen verlieren auf die letzten Meter. Haaa. Nicht euer Köpfchen verlieren. So Leute. Ich sag mal so, ja? Drei. Zwo. Eins. Äh. Haaa. Das ist natürlich wirklich enttäuschend. Wir wissen was los ist. So ein Level mach ich noch hier. Na klar. Das macht mir jemand was fun, Alter. Ist es wieder Chor? Ich weiß es nicht. Ich glaub nicht. Das ist wieder Versus. Versus. Das macht mich echt traurig gerade. Read the goal. Dass dir das nicht so wichtig ist wie uns. Ja, ich... Ihr wollt... Ihr wolltet das hintereinander chronologisch haben, ja? Ich richte mich hier nur... Wir wollten... Wir wollten nichts außer Freundschaft. Ja. Huch. Diese Kettensäge. Alter. Die nehm ich mir. Wie nehm ich die? Hey! Hä? 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 Ich brenne. Ja, mit Schiff. Danke für den Tipp. Du lässt mich jetzt in Ruhe hier. Sonst kann ich sie nicht mehr aufnehmen. Nein! Ich kann nicht mehr aufnehmen. Ah! Guck mich an! Guck mich an! Ich bin ein Phänomé, Alter. Ich bin ein Phänomé, Alter. Du bist einfach... Was ist... Was bist du denn Selfie? Was ist denn das? Ja, ja. Kannst du mich... Da holt mich da rein, Alter. Huch mich doch, Alter. Hey! Komm, Alter. Hey! 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 Oh, scheiße! Oh, jetzt ist es deine Zeit gekommen. Geht ihr doch hinter der Kokosnuss mit dem schwarzen Reiter? Ja, ja. Da muss ich was denken. Alter! Oh, ja. Oh, ja. Was kann man mit dem Hühnchen machen? Oh, komm mal her, Alter. Hoppa! Gib's mal auf. Ach, man kann es schmeißen! Das ist ja unglaublich, ey. Komm her, ich hau dich. Ich hau dich, Alter. Alter, lass mein Hühnchen in Ruhe. Da kann ich stehen, Mann. Hoppa! Oh, fuck! Das sieht so nice aus. Komm her jetzt, Alter. Ich komm her. Hoppa! Hier ist gerade Blut. Bist du mir rübergefetzt? Oh, nee. Alter, hier dein Hühnchen, Alter. Das furzt! Wie bist du denn da rübergekommen jetzt? Achso, man soll da rüber wahrscheinlich. Hey! Das ist ja das Ziel. Na klar, ja. Ich hab keine Checkpoint. Wie kommt man da rüber? Ach, daaa! Wie viel Leben habt ihr noch? Ich hab eins. Ach krass, man hat ja nur mega wenig Leben. Oh! Ich bin tot. Ich hab auch nur noch ein Leben. Geh mal weg, bitte. Ich hab noch drei Leben. Takaishi! Wie kommt man hier denn noch weiter? Du Wichser! Runter mit dir! Das ist doch echt ein Penner-Move, Alter. Ich weiß ehrlich, ich sag auch nicht, wie es hier weitergeht. Wie es hier um Würzes, ja? Ich dachte, das ist der Soul. Ja gut, aber ich muss euch ja nur überleben, ne? Du musst den anderen töten. Sag mal so. Sag mal so. Ah, das ist eine Arena quasi. Ja, wie kommt man da oben? Achso. Das heißt, ich hätte einfach weiter töten müssen. Dann hätte ich vielleicht gewonnen. Komm, Daniel, komm hier! Du hast einen High Ground. Ich hab nur drei Leben. I have the High Ground. Komm! Sieh dich doch einfach auf hier! Komm! Und dann mit Rätselklick kannst du auch... Kannst du von oben nach unten durchziehen. Stegi schreibt gerade, viel Spaß bei Ben & Edge. Danke, Stegi! Liebe Grüße! Schlag ihn! Stegis, ich kann nichts aufnehmen! Ich hab nur keine Ahnung, das! Oh! Die hab ich so schön abkuchen! Er brennt denn da! Er brennt denn da! Er brennt denn da! Er hat drei Leben, vergiss das nicht! Ja, er brennt! Nee, er hat null! Nee, eins! Ich bin tot! Nice! Also hab ich jetzt... was? Hast du gewonnen, Dario? Ja, irgendwie nicht! Du musst das Bein noch töten! Das Bein lebt noch! Das lebt noch! Nein, das lebt nicht! Geh doch mal rein! Geh doch mal rein! Geh doch mal rein! Nein, ich lebt nicht! Nein, ich lebt nicht! Der muss... Da bist du jetzt... Nee, er ist in dem Boden drin! Er ist im Boden drin! Nein, 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 nein! Guck! Da wo Taka Ichi steht! Der wird bald verbrennt, der wird bald verbrennt! Nein, er ist im Boden drin! Ich bin tot! Lass mich da ruhig liegen! Geh doch mal in die grüne Suppe da und da hast du gewonnen! Das ist das Ziel! Kannst du da irgendeinen Knopf aktivieren oder so? Nein, nein! Oh! Ich setz mich zurück! Nein! Ich setz mich zurück! Das ist ein Ehrenmann! Ganz ehrlich! Leute! Ich finde, das hat sehr viel Spaß gemacht! Wirklich! Das hat mir sehr, sehr gut gefallen! Wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst gerne Bewertungen da! Schaut auch bei allen anderen vorbei! Und ansonsten bis zum nächsten Mal! Tschüss! Euer Bergmann! Hä? Was ist jetzt passiert? Kapp-kapp!